... im Kampf seines Lebens. Haben Sie es auch gesehen? Samstagabend wetten das. Über 15 Millionen Menschen glaubten ihren Augen und Ohren nicht zu trauen, behaupte ich jetzt ganz einfach einmal, als sie da den Auftritt eines achtjährigen Österreichers mitverfolgten. Sogar seine Wettparten, immerhin die Hollywood-Stars Catherine Sitter-Jones und Antonio Banderas, waren sichtlich hingerissen, als da der junge Steirer-Burz-Zeltweg Florian im gregorianischen Kalender herumrechnete, dass einem schwindlig wurde. Wie gesagt, mit acht Jahren, wie und warum macht er das? Das hat uns auch interessiert und fasziniert. Und Oliver Rubenthaler hat so dann Florian am ersten Schultag danach besucht. Montagmorgen an der Volksschule in Zeltweg. Florian ist wieder da, der Held von Dresden. Alle seine Mitschüler haben den phänomenalen Auftritt bei Betten, das im Fernsehen mitverfolgt. Florian hat in Dresden Thomas Gottschalk und ein Millionenpublikum mit einer außergewöhnlichen Leistung beeindruckt. Der Bubas-Zeltweg musste bestimmten Tagen aus dem gregorianischen Kalender den richtigen Wochentag zuordnen. Der Zeitraum von 1592 bis 3499. Und weil nur jedes 28. Jahr gleich ist, ist das eine sensationelle rechnerische Leistung. Florian gilt als hochbegabt. Mit acht Monaten kann er ohne Hilfe gehen, mit vier Jahren spielt er Schach und merkt sich vielstellige Zahlen rein. Uns liefert er den Beweis. Ich merke es mir und dann sage ich es vorwärts und rückwärts auf. Und wie lange brauchst du so für so eine zehnstellige Ziffer? Nicht so lange. Wenn ich für 50, zwei, drei Minuten brauche, dann brauche ich bitte drei Minuten, schaffe ich es immer. Okay, da ist ein Zettel mit einer Zahl. Die gebe ich dir jetzt. Was in Florians kleinem Kopf so passiert, wenn er nachdenkt? Tagsüber Flexsticken in Ghetto-Straßenschluchten Nachtsüber Flexsticken an Technopartyschwuchteln Ein Leben zwischen Palm Beach und Wall Street Wie meine Bettschublade, damals immer Vollspeed Yeah, ich spring dreimal wie ne Seifenoper Ratatatata in dein Nike-Pullover Ticke weißes Coca an Primaten aus Aserbaidschan Mit ner Grammatik wie Meister Yoda Halt die 45er-Mündung, zielsicher Geil, den Strick raus, ich München-Kitz Strich hat Ripp wie ein Aquarell Bitchesack-Modell Ficke Rockefeller, Wein im Schach-Duell Machiavelli in der Schattenwelt Weil der Mexican-Rap macht Taco Bell Yeah, im Joggingsuit Clips Mein Wort hat Gewicht wie die Hollywood-Schrift Bar Cash Parkdeck Fick das Strafrecht Kriminelles Netzwerk Darknet Dawn Life Clan Chef Cruise off the street Verdicke das Weed I'm the one with my hand in the speed Bin hier wie mega Gucke das Mef Wie im Forscher Express Knickebocker Knickebocker Ja, die Knickebocker Bahn Mit den Präsener im Law Under Cruise off the street Verdicke das Weed I'm the one with my hand in the speed Bin hier wie mega Gucke das Mef Wie im Forscher Express Knickebocker Knickebocker Ja, die Knickebocker Bahn Mit den Präsener im Law Under Gucke das Mef Blast Bis zum nächsten Mal.